ich bin bereit mit teil 2 ja das muss man was machen hier weiß es wird die zuschauer zu lange wenn die sich die ganze zeit durch das angucken müssen das schweren sie jetzt schon mal die arie weg machen und den fußboden aufziehe 123456 du müsstest jetzt langsam holzblöcke hochbauen sehen oder schon warte gleich warte ich gucke wenn du nicht im berg hoch guckst oh ne ich hätte mich nicht wollen ich sehe gar nicht ich sehe überhaupt nicht ohne quatsch dann ist bestimmt der baum hier im weg könnte sein ich bin nicht abgerutscht das ist ein komischer baum gewachsen hier michi das hinten ohne alles ausheben willst du das was willst du ausheben das hinten noch nicht hier ringsum über mauren ziehen wester achtung hier ist die höhle drunter da gab es zugebaut das bin ich genau reingelandet das steht quasi in die volle fläche nützen kann wester ich will die eigentlich nur was die buch bis hinten in bahn mike wie auch so sind invest ja so dann kann man die hier hinten lassen ist also jetzt haben wir wenn wir was abzutragen gute idee ich habe meine bock hier hinten auf diesen großen bergen haben und der reichlichen abzutragen ich muss jetzt erst mit die höhle jetzt gleich zu machen dann machst du das mal aber nicht ganz so weit weil eine oder mal ach nee gott du bist auftragen stimmt wir müssen ja nicht abholen bestimmt ich tue aber nie komplett alles unten auf fliege fliege wuuu sag ich doch du kannst fliegen ist jetzt egal wenn man drunter stein ist oder nein nein eigentlich nicht mit voll zu spüren haben ja siehst du ja der fußboden kommt auch kommt hier drauf auf die ebene ach so ja stimmt genau ja da fällst du nicht auf wenn stein drunter ist ne da fällst du nicht auf den anderen platz habe ich jetzt leider nie im menü ich habe schon wieder mein menü schon wieder voll ja ja ich bin ja auch wenn deine frau hier hinkommt dann nehme ich da deine kinder mit wester im dreieinig so dass sie dort ist schon lange fertig kollege alles fertig habe ich zweimal drüber gestrichen und gucken ob es jetzt deckt wenigstens ordentlich besser also wir bauen auf jeden fall noch mal vor genau weil die mit die frau wir müssen alle jetzt muss man von uns zu trinken von uns zu schluck drin oder so wir brauchen die norma ist ja die halbzeit mit einem reich das soll auch nicht für die ganze wohnung wie sie ist auch reichlich der ganze immer nicht definitiv nicht ein paar mindestens noch mal ins wm ich sag mal so im 2 machen damit steht oder abfangen kein bester Es ist ein Wunder, der Himmel. Achso. Hm. Hm, hm, hm. Ja, warum ist er geklärt? das gibt es eine bildung sagt auch kannst du gar nicht schnell ist es wenn wir alle leitungen also wenn ich alle leitungen aufdrehen wird die kennt ich bei mir im balken überhaupt nicht mehr bei uns na klar geht los macht er ja machen wir so bis dahin tschülü zum glück wir haben jetzt noch nie öffnen ne kam anrufen ja ja wir brauchen jetzt hier noch schnell ab da kann man das gleich zu zweit machen ja ne 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 müssen wir jetzt gehen wir haben jetzt erstmal wir müssen wir sagen wir müssen die folge nicht unbedingt der heute so vertraut sein wir können zum beispiel sagen wir haben die morgen raus zum beispiel oder genau das zwischendurch oder was weiß ich auch morgen vielleicht die erste vielleicht irgendwann samstag oder sonntag ja bei mir ist also morgen kommt der erste oder die nächste folge von wheel farming und wenn ich zwei flecken und dort passen so zu meinen zuschauer bin viel also wir könnten das sagen wir morgens dienstag wir könnten das am mittwoch kann also kannst du auch so raushauen und am freitag kannst du nächstes raushauen mittwoch und frei ja wenn wir jetzt ein vielleicht ein samstag oder sonntag vielleicht ein live drauf machen und die gucken und wir bringen erst die zweite folge später raus statt zu leisten dann sind die irgendwie gewundert hey wo müssen das jetzt weiterhin nice wie ein stadt sind folgen ja ja na ja stimmt das kennt man dann soll schon mal früh um zehn machen oder selber durch so auf dem 10 sind eine gute zeit das will ich nicht mehr weitermachen maik noch ach so weil ich jetzt er wird er zieht sich schreibt noch ein bisschen weil sie schreiben von vorne mitgenommen habe nee alles gut alles gut alles gut als gut dann zieht es noch bis hinterher gehen hier oben drauf schätzen auch schätzen ab hier nicht so regnet setzen spiel keine ahnung hat hier aufgegessen hat kann man mit einem wetter sound schieten das kann ich schon nicht so das einzige was entschieden kennen wird das wetter ist egal mich stört mich stört das nicht bräuchte ich einen antritt und bräuchte ich die befehle so müsste jetzt ich habe es bisher vor aufgeführende gerade fläche und rest müsstest du dann machen wenn ich nicht weiß wie du es haben möchtest nach schicken alles fit bei dir oder was so auf der fresse haben oder so schicken wir nach ob stadt durch gemacht hier mein was kenne getötet du schwein so warte ich würde sagen mal los trinken und jetzt gehört doch dass es es es